ja das sind die neuen sachen von update jetzt mal so kurz zusammengefasst ist eine super ist das ist ein gold symbol oben rechts wenn du irgendwelche gegen da musst du den händler mit dem händler natürlich reden bei den händler gehen anklicken da ist nicht der grün und weiß ne da ist so ein gold taler drauf auf dem symbol und das kannst du dann bedenken muss verkaufen da kommt man sicher wieder nicht eine wo jetzt bin und man kommt da rein wie geil ich mal fragen ob diese hilfe was denn ich bin so schleichweg rein und das sind gleich viele von den dingen ja hoffentlich das glaube ich gleich am sterben obwohl es könnte ein untoter sterben ja genau das ist das ist aber wir sind hier in der world of warcraft da ist ja alles ein bisschen anders genau das ist meine kleine welt genau gestaltet so wie es mir gefällt ja ja nicht die kaffeetasse umschmeißen und leute ich sage euch was immer wissen wir müssen in die burg da bin ich ja hinten über den ja ich bin dran vorbei gefahren da hinten wo ich bin ist so ein schleichweg in die burg hinein da ist ein riss in der mauer da gibt es in so eine kleine abkürzung abkürzung drin willkommen ich finde es immer faszinierend der shopper fährt ein und dieselbe geschwindigkeit aber der es ist am tod schalten ja das stimmt allerdings die dinge haben auch viel mehr reichweite jetzt die die mobs welche dinge die mobs an die mürze greifen ja viel schneller an so wie kommen wir da jetzt rüber wir sind einen gang zu weit den weg du eigentlich sie rennt natürlich wieder durch den haupteingang einer sie ist ja genau da lang müssen wir ja genau da ist aber der rote punkt der rote punkt ich meine ich will ja nichts aber der blaue hinter der dinge und ich greife schon vor die mobs kann man schon verwechseln dann den roten punkt mit einer blauen fläche hier vorne muss mann was machen du war wollen was jemand nein was machst du da vorne blöd reinschauen wir müssen genau hier in die mitte glaube ich dann steht man die sonst nicht die sollen irgendwas droppen die haben eben so einen roten schrift namen dann vollgas zeugs wir müssen da da ist wieder ein unsichtbarer dabei unsichtbar ich hab so einen komischen hüpfen den gang daran muss ich mich erst mal gewöhnen ich will mir den nächsten klar mal ja hey ich habe ihn eins von eins das war klar so jetzt schauen wir doch schnell jetzt gehen wir dort naja den brauchen eigentlich nimmer okay das ist die tropen ohne dasselbe das hast du müssen du eigentlich von ihm dann müssen wir doch in die mitte obwohl hier geradeaus da drinnen oder ja ja doch könnte sein der blutstein schau mal ach da ist doch schon drin in den ball wird eins weiter oben stehen ja wie in solchen häusern üblich wird kommen es könnte auch sein dass sie hinter dem haus steht oder ich möchte mich da war nicht zu weit aus dem feld oder ich glaube glaube nicht oder nähe ist sie nicht und was da liegt im kamin verbrennt die bücher richtig genau da würden sie in keine alles was keine mal ist ich sag's ja wir sind hier im falschen einmal müssen eine etage einmal wenn ich auf euch hoch nah auf der anderen seiten von der mauer ich glaube wir können hier hinten durch wir können hier hinten durch wirklich ja ja aber auch nicht dass die hier ist doch schon guck da okay ja dann folge nur die weite niederfiki erkennt den nehmen wir die mal ich habe jetzt nicht einmal und sie hat es jetzt muss es haben jetzt ist egal wie also in der zeit wo sie ist das ding tötet in der zeit schaff ich nicht einmal dass sie einmal chaos blitz wirkt das ist so genial ein mechanisches ja weil der kolben guckt an der seite raus das ist ein explodierendes scharf sofort damage ich glaube wir müssen noch mal zurück ich glaube ich war da hinten da kommst du nicht durch die mauer durch ach so okay dann müssen wir oben hin hier und dann das da so rüber und dort wieder runter und den greifen wir an weil der greift uns doch so ist das und demnächst greifen wir auch an oder er greift uns an das ist dann ausliegend so haben einen größeren agroradius ja haben sie ja der wurde geändert sie greifen ich finde es cool dann kann man was ist denn jetzt kaputt ja aber man kann ja noch wir können ja mal sagen dass es noch richtig wäre und hoffen dass man da irgendwo runterkommt es ist noch nicht okay aufschoppen ist eine gute idee und da ist ja genau dann da rein okay die haben wir schön die wände mit toten dekoriert und dann sollte man da wieder eine mahlzeit müssen wir da ja okay die sind eh alle so richtig schön mit roten namen und so wo ist mein wichtel eigentlich das arschloch schon wieder urlaub oder was ich glaube ich bin schon ein wichtel wäre nicht von wäre nicht verkehrt also ja ja er macht ein bisserl damage so schlimm ist jetzt nicht vor allem wie gesagt es gibt viele zauber die kann ich gar nicht mehr wirken weil ihr zu schnell seid gehst du weg und dann gemacht du vorne und wir machen hinten so chaos blitz ihr braucht irgendwas die lustigen schmecken der chaos blitz macht zwar fett fällt viel damage nur er braucht ewig bis aufgeladen ist ja das ist leider der brauche ewig lang genauso wie wenn du jetzt als dämonen hex meister spielt da brauchst du ja ewig für das innere feuer ja genau das das gewirkt ist das gewirkt ist dann was hast du denn da mal was hast du denn da mal was genau so was brauchen wir denn noch was du das sagen wir hinten sind auch noch ich glaube sie hilft schon wieder mit dem anderen ist eh klar hilfe hilfe nene 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 ist tot ist tot aber ausschauen tut das schon geil der chaos blitz also rein optisch ist lustig doch rein optisch doch wie wirkst du denn eigentlich ich hatte ja wo ich die charakter vorgestellt habe mich beschwert wie hexenmeister wird jetzt geht also wo ich die charakter vorgestellt habe im betatest da haben die so eine komisch abgehackte bewegung gemacht jedes mal wenn sie chaos blitz blitz gewirkt haben das haben sie gefixt das sieht jetzt wieder wunderschön auch ja einer noch auch aber das ist die letzte gewesen kommen der greift uns noch nicht mal sein ja ich schau mal na die brauchen wir alle nimmer nur noch ein nur noch einer wird doch nie irgendwo irgendwo rumwurschteln nicht wahr hier kann schon einen looten seidenstoff dort ist ein questmob ich glaube den brauchen wir später ja genau da lauft dazu wir uns kommen wenn er schon mal da ist das ding ist üppisch groß irgendwo das gibt es ja nicht haben wir das wirklich alle weg geknackt vielleicht ist dann am scheißhaus den schmäh habe ich schon mal gebracht weil ja genau klopfen der hat schon sohnbart und er liegt mit gut davon auch wieder alle da ja augen zu und durch so ach so ok wenn ihr kämpfen wollt und kämpfen wir halt jetzt hat schon wieder ausgeruht bis dann würdest du von unserer spielgemeinschaft gekickt will wir sind ehrenhafte spieler richtig bei uns gibt es keine account gebunden außer auf meinem hexenmeister der hat einen schönen kopf und schönen rücken account gebunden habe ich mir aber auch bei der gilde gekauft ja ok wenn ich mir eigentlich zeug bei der gilde kaufe müsste es doch eigentlich dem gildenbank fach gut geschehen jetzt los über die dinge logischerweise er sagt man auf dass du mit den fremden dingern spielst das war auch ein troll ich hab mir gedacht kommen den hast du oben ich kann sowieso nicht leiden das wäre komisch als treu ich hasse meine eigene rasse darum spiel ich für die hohen toten das war schon wieder ein fehl kannst du bitte heilen schnell zumindest wenn man kann ich nicht weiter von arschloch dinge müssen aufpassen ob das jetzt nicht auch wieder öfter vorkommt so es könnte gut sein dass die das einfach öfter eingefügt haben dass man abgemontet wird normalerweise war das nicht so oft gehabt da sind wir dort durchgerannt und dann war da war übrigens der spalt wo ich vorher auch durch bin da bin ich auch durch ja das war mir so klar immer schön durch den spalt wieder abgeben fahren durch die ritzeflitze jetzt habe ich das an dem schaden mit ketten antrieb und kommt sich über den blöden berg nicht rüber ne fahren wir gleich aus noch hauptsache ich habe eine shopper mit kette genau der überhaupt nichts bringt sobald ein stein dann ist da habe ich wieder festgefahren jawohl denn hier am ameisenhof genau so schaut es aus im schneckenhaus da finden wir und abgeben was kriegen wir denn doch das auswählen was schon wieder was ist wirklich was gutes darüber haben wir auch noch eine zum annehmen ja sehr klar jetzt brauchen wir den finden drinnen in der mitte ja logisch so da hätte ich mir nie anders zu denken gewagt willenskraft aus da muss bringen mit mehr inter wille als hexenmeister in kind ist zaubermacht und wille ist ja will ich ja nur freige nahrer anziohlt abbrechen was in thammer gesagt ja intelligenz und das bringt nichts und ja da kommt eigentlich nur schnell verkaufen wenn wir schon da sind